Es ist noch nicht lange her, dass ich als Angestellte arbeitete. Meine Kollegen und ich waren die Crème de la Crème in einer exklusiven Branche. Eines Tages hatte ich beschlossen aufzuhören und ein neues Leben anzufangen. Ein Ticket zur Startup Journey bitte. Einfacher Flug. Diese Frau verdient ihre Unternehmung. Aber dafür braucht sie erst ein paar Skills. Du hast doch nicht geglaubt, dass es so leicht sein würde. Doch, ich denke schon.